Angesichts der Sorge vor einer neuen Massenflucht aus der Türkei, hat Bundesinnenminister Horst Seehofer das Engagement des Landes für die Versorgung der syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge in höchsten Tönen gelobt. Die Leistung der Türkei werde in die Welthistorie eingehen, sagte Seehofer bei einem Besuch in Ankara. Außerdem versprach er dem Land weitere Unterstützung. Wir sind jedenfalls bereit, der Türkei, wo immer sie will, zu helfen, zu unterstützen. Der EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei hatte zu einem starken Rückgang der Flüchtlingszahlen auf den griechischen Ägäis-Inseln geführt. Zuletzt wurde allerdings ein deutlicher Anstieg registriert, was in Europa mit großer Sorge verfolgt wird.